Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem zeige ich euch, wie ihr aus Geldscheinen einen Engel falten könnt, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk, zur Taufe oder zu ähnlichen Anlässen. Dafür habe ich hier so einen 10-Euro-Schein genommen und den als erstes in der Mitte einmal gefaltet, dann wieder geöffnet und nun die oberen Ecken zur Mitte gefaltet. Danach habe ich das einmal gedreht und jetzt seht ihr diesen kleinen schmalen Streifen, den einfach ebenfalls nach innen umklappen und anschließend die beiden Ecken wieder öffnen. Jetzt können wir die jetzt oben liegenden Ecken wieder nach innen umklappen und dadurch verschwindet jetzt dieser Streifen, den wir eben noch hatten. Als nächstes müssen wir die unteren Ecken jetzt nach oben klappen, sodass so eine Rautenform entsteht. Und danach klappen wir es wieder auf und drehen den Geldschein auf die andere Seite. Nun werden die beiden Flügel so nach innen geklappt, dass jetzt so eine Form entsteht. Nun die beiden inneren Ecken nach oben geklappt, dann wieder zurückklappen und jetzt durch diese neue Falzung können wir diesen Einflügel so nach oben klappen. Wir möchten nämlich einen kleinen Engel daraus machen, so langsam kann man ihn schon erkennen. Jetzt seht ihr das auf der anderen Seite genauso. Es sollte bei euch jetzt so aussehen. Danach drehen wir das Ganze um und können nun dieses Stück hier ebenfalls nach innen klappen, sodass unten so ein Dreieck entsteht. Das natürlich auch auf der anderen Seite machen. Und nun wollen wir, dass die Form noch ein bisschen plastischer aussieht. Deswegen habe ich diese Flügel auch noch zusätzlich zweimal ineinander geklappt, damit am Ende so ein Zickzackmuster entsteht. Das seht ihr jetzt gleich. Jetzt können wir das nämlich wieder aufhalten. Zum Schluss müssen wir nur noch den Kopf des Engels etwas runder biegen. Dafür könnt ihr das einfach in der Mitte so ein bisschen nach unten drücken. Und so sind eure Engelgeldscheine auch fertig. Ich finde gerade zu Weihnachten ist das noch eine wirklich schöne Form. Das war es mit meinem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr mit einem Daumen nach oben freuen. Außerdem wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!